Ich bin der beste Fortnite-Tänzer! Das würde ich zurücknehmen! Guckt euch meine Skills an! Oh yeah! Ach, Pappala Papp, schaut euch mich mal an! Ich bin der beste Tänzer und das weiß auch jeder hier in der Stadt. Du glaubst doch auch wirklich nur, dass du der beste Tänzer bist. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch. Und erstmal, hey Freundin, na, schön, dass du eingeschalten hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich super, super, dolle Freude freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos wie dieses hier mehr zu verpassen. Und ihr seht es, wir werden mal wieder zur Adoption freigegeben. Jo Mann, seh die ganze Sache positiv. Es ist doch cool, adoptiert zu werden, oder nicht? Ja Mann, dann kann man auch zu Hause bei denen tanzen. Fortnite-Tänze! Naja, ich weiß ja nicht, ob den ganzen Tag Fortnite zu tanzen richtig cool ist. Aber hey, komm, lass uns mal doch was anderes spielen. Ja, lass uns doch runter auf den Spielplatz gehen. Ja, auf den Spielplatz, das klingt doch gut. Komm, wir gehen auf jeden Fall alle drei raus. Och Mann, ich kann nicht. Die neue Season ist rausgekommen. Und ich möchte in dem Battle Pass noch so weit kommen. Ich will den ganzen Tag nur einfach Fortnite spielen. Und komm, wir gehen auf den Spiel... Warte mal, warum kommt der denn nicht mit? Oh Mann, du kennst es. Er ist wieder nur am Fortnite spielen. Och, das ist sowas von nervig. Auf jeden Fall, das ist wirklich furchtbar. Der ist ja gar nicht mehr an was anderem zu spielen. Der spielt ja wirklich nur noch Fortnite den ganzen Tag, Freunde. Oh Mann, ey. Ich bin schon groß und... Oh, äh, ja, ich würde gerne ein Kind adoptieren. Dann werde ich mir erst mal alle Kinder anschauen. Oh Mann, das ist ein Polizist. Von dem muss ich adoptiert werden, um neue Fortnite-Waffen zu bekommen. Das wäre ein Traum. Ja, Herr Polizist, ich biete mich an. Ich will unbedingt adoptieren werden. Ich, ich bitte, bitte. Hey, Vitamine, siehst du das? Der will nur adoptiert werden. Aber warum wohl? Was denkst du? Ja, ich wurde auch schon so oft adoptiert. Und wurde so oft auch enttäuscht. Deswegen bin ich echt lieber vorsichtig, bei welcher Familie ich überhaupt leben möchte. Aber dieses Skelett, der angezogen ist wie so ein Skulltrooper, möchte unbedingt anscheinend in diese Familie dort. Kleiner, mit deinem Kostüm siehst du ja wirklich super aus. Das gefällt mir echt gut. Aber eigentlich habe ich nicht so viel Zeit für ein Kind. Also, ich kann nicht so oft mit dir spielen. Du musst dich selber beschäftigen. Keine Sorge, ich kann mich selber beschäftigen. Ich habe ja auch hier mein brandneues Handy immer in der Hand. Damit kann ich so einige Spiele wie Fortnite spielen. Oh, das trifft sich natürlich sehr gut. Denn dein Vater wird oft auf Arbeit sein. Dann werde ich dich wirklich adoptieren. Du bist der Beste. Hast du das gehört? Er wird adoptiert. Oh mein Gott. Und wir haben noch keine Eltern. Aber egal, Freunde. Okay, Kleiner. Es ist dann soweit. Dein Papa muss auf Arbeit. Du wirst heute den ersten Tag alleine sein. Ich hoffe, du schaffst es. Aber du bist ja nun schon groß und alt genug, dass du keinen Unfug baust, richtig? Oh, den Skin will ich unbedingt haben, Mann. Äh, hast du mir zugehört, Sohnemann? Mann, wenn ich diesen Skin bekomme, dann werde ich der echte OG sein. Okay, ich hoffe, dann hast du das verstanden. Dein Papa wird jetzt auf Arbeit fahren. Tschüssi. Und denk dran, keine Dummeiten machen. Jo, äh, warte mal. Wer hat mit mir gerade gesprochen? Wer wollte was? Ich war gerade in meinem Fortnite-Game. Aber ich glaube, mein Vater ist losgegangen. Ich glaube, ich kann Fortnite spielen. Ja, Mann, endlich kann ich wieder Fortnite spielen. Das ist sowas von geil. Ist der Kleine schon wieder nur am Fortnite spielen? Och, Mann, das nervt mich sowas von. Aber egal. Ich werde erstmal ein bisschen die Wohnung sauber machen. Jo, Jungs. Ich bin im Discord. Hört ihr mich? Jo, Mann. Alter, was ist denn das bei dir im Hintergrund? Bei mir ist gar nichts im Hintergrund, oder? Jo, Mann, deine Mom, die macht schon wieder sauber. Sag, die soll ruhiger sein. Sonst können wir kein Fortnite spielen. Oh, ja, Mann. Ich hoffe, die ist gleich fertig. Meine Mutter saugt hier schon wieder. Die Wohnung ist blitzeblank. Ich will lieber Fortnite spielen. Und die macht hier so einen Lärm, Mann. Jetzt sag doch mal, deine Mutti, die soll aufhören, Mann. Das ist voll nervig. Kannst du ein bisschen mal vorbeirücken? Ich müsste auch mal unter dem Tisch sauber machen. Mama, könntest du nicht einfach aufhören? Ich möchte eine Runde spielen. Äh, nein. Ich muss hier sauber machen. Es tut mir leid, dass du nicht alleine hier wohnst in der Wohnung. Oh, Mann, ey. Ich wollte gerade mit meinen Jungs Fortnite spielen. Und nun sowas. Oh, Mann. Das nervt mich. Hm. Keine Ahnung, was er hatte. Du, 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 du. Ach, meine Mutter, die nervt mich sowas von. Ich wollte einmal mit meinen Jungs Fortnite spielen. Ist das zu viel verlangt oder was? Aber was mache ich jetzt? Ich kann am Handy spielen. Aber am Handy ist sowas von schwer und macht auch keinen Spaß. Und am Laptop ist es auch nicht das Gleiche. Vielleicht könnte ich ja mal was anderes machen. Ich meine, mein Vater, der hat doch sowas ähnliches wie Fortnite-Waffen. Hm, ich meine, er ist Polizist. Ich muss mal gucken gehen. Irgendwo in seinem Schrank wird er doch was haben, oder nicht? Alter, das wäre natürlich mega geil. Hm, ich hoffe, meine Mutter wird mich nicht erwischen. Aber hier vorne am Schrank wird doch mein Vater sicherlich irgendwas haben, oder nicht? Oh, Mann, Alter, was hat der denn für Waffen? Yo, ich bin School Trooper, hä? Nimm lieber die Hände hoch. Haha, das ist geil, Mann. Ich bin der schnellste Mann. Ich bin der schnellste. Du hast gar keine Chance gegen mich. Ich werde dich schon überholen, Mann. Das wirst du sehen. Das glaube ich ja wohl nicht. Let's go. Schaut euch mal an, wie schnell ich hier rumcruise und im Schlängel auf. Das klappt aber super. Boom, boom, boom. Yeah, Alter, ist das geil, Mann. In Deckung. Hier wird geschossen. Wow, auf offener Straße, Mann. Wer schießt denn hier? Ich weiß es nicht. Alter, was war das denn? Hier wurde einfach mit einer Waffe geschossen. Wer schießt denn in Broke Heaven mit einer Waffe, Mann? Das kam hier aber irgendwo von der Ecke? Warte mal. Kennen wir den nicht? Ja, den kenne ich noch. Das ist der School Trooper von damals. Du weißt doch noch, im Kindergarten, der wurde adoptiert. Von diesem Vater, von diesem Polizistenvater. Ja, du hast sowas von recht. Das ist wirklich der School Trooper. Hey, äh, School Trooper. Äh, äh, jo, jo, Alter. Wow, Alter, was ist denn los, Mann? Ihr habt mir übel erschrocken. Wow, du hättest uns fast abgeschossen. Das war ja jetzt nochmal knapp. Ey, wo hast du mir die Waffe her, Mann? Ha, das wüsstet ihr gerne, was? Von meinem Vater, Mann, habe ich mir ein bisschen aus dem Schrank ausgeliehen. Und ich liebe Fortnite, also wollte ich es auch mal spielen. Warte mal, was? Du spielst immer noch Fortnite? Ich meine, du bist doch ein bisschen älter geworden. Ist das nicht ein bisschen kindisch langsam? Kindisch? Alter, ich zeig dir gleich mal kindisch. Der hat sich kein bisschen geändert, Vitamine. Oh ja, der spielt immer noch den ganzen langen Tag Fortnite. Oh Mann. Aber, hey, komm, lass mal was starten. Ja, ich wollte euch auch schon fragen. Komm, wir gehen mal hinter die Schule. Ich will diese coole Waffe austesten. Ich weiß ja nicht, Vitamine. Was sagst du dazu? Kommt schon. Habt ihr schon mal mit einer echten Waffe geschossen? Ich nicht. Also, lass uns das ausprobieren. Ja, komm. Wir müssen es wirklich mal ausprobieren. Los geht's. Und schaut mal dort hinten, die Vase. Ich werde die easy treffen. Und schaut euch das an. Boom, boom. Yo, du hast echt gut getroffen. Alter, du bist ja echter Profi da drin. Darf ich auch mal? Ja, ich weiß. Okay, ausnahmsweise. Aber nur kurz, ja? Ja, klar. Keine Sorge, ich werde schon nichts Falsches machen. Yo, Alter, wie geil das aussieht. Wer will sich mit mir anlegen, hä? Boom. Das macht ja richtig viel Spaß. Oha, let's go. Aber pass auf, wo du hinschießt. Yo, Vitamine, lass mal die Waffe rüberwachsen. Ich will auch mal. Ja, aber klar, bitteschön. Guckt euch mich mal an, aber hey, Skull Trooper, wie wär's? Nimm mal lieber die Hände hoch. Alter, bist du verrückt geworden oder was? Ey, gib mir sofort die Waffe wieder. Nee, Mann, deine letzten Sekunden haben geschlagen. Also ich würde lieber die Flossen hochnehmen. Mann, Mann, Junge, tu mir nichts. Es ist alles nur Spaß. Wir sind doch Kumpels. Warte mal, was machst du denn da? Wir werden den Skull Trooper einfach erledigen. Und dann ist er ruhig. Alter, hör auf damit, Mann. Mann, bitte. Mann, Junge, das war so ein Spaß. Alter, was? Der hat mich veräppelt. Na, warte ab. Ich hab mir die Waffe genommen und jetzt nimmst du lieber die Flossen hoch. Alter, hör auf, Mann. Hör auf. Das war dein Ende. Gute Nacht mit dir. Alter, was hast du gemacht? Bist du verrückt oder was? Oh nein, 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 nein. Wir müssen die Polizei rufen. Ey, bist du, du bist echt verrückt, Mann. Ja, 110. Hallo, ich brauche ihre Hilfe. Nimm das Handy runter oder du bist der Nächste. Äh, ja, ja, ja. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Ich? Ich hab schon aufgelegt, wirklich. Bloß gut, das war's auch wert. Mann, der Batman war eh egal. Hier ist die Polizei. Alle die Hände hochnehmen. W-w-w-w-wer ist da? Was? Hände hoch, hier wo... Warte mal. So ne Mann? Äh, ne, nein. Nein, ich... Nein? Was machst du denn hier? Du hast den Negen umgeschnetzelt oder was? Äh, das war ein... Aus Versehen. Das sieht überhaupt nicht nach einem Aus Versehen aus. Meine eigene Familie benutzt Waffen, um gegen Menschen zu schießen. Das macht man nicht. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Und das ist sein Vater, der ihn noch adoptiert hatte. Oh mein Gott. Dass ich sowas mal erlebe, meinen eigenen Sohn festzunehmen. Oh mein Gott. Das ist auch der Vater, der ihn damals adoptiert hat. Wie krass ist das denn bitte? Ihr habt es gesehen. Die Story von dem bösen Skulltrooper. Ein Fortnite-Spieler, der nur Fortnite gespielt hat. Und von Batman, der es leider jetzt nicht überlebt hat. Und den wir direkt ins Krankenhaus bringen sollten. Oh Mann, oh Mann, Freunde. Das war eine krasse Geschichte. Wie fandet ihr die Geschichte? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Lasst auf jeden Fall jetzt noch ein Like da. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.